Ein Dachdecker sorgt mit seiner Arbeit für wind- und wetterfeste Gebäude. Neben dem Dachdecken umfasst das Aufgabengebiet des Dachdeckers den gesamten Bereich der Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehören auch der Einbau von Dachfenstern und das Installieren von Solaranlagen. Dachdecker arbeiten insbesondere bei Metallarbeiten mit Dachklempnern zusammen. Durch Einsatz regionaler Materialien können sich Dachdecker spezialisieren. Regionalse Materialien sind in Norddeutschland das Ried und in Mittelgebirgen der Schiefer, der vom Leindecker verwendet wird. Beruf Am 30. Juni 2013 gab es in Deutschland 54.371 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Dachdecker. Der tarifliche Mindestlohn für gewerbliche Arbeitnehmer im Dachdeckerhandwerk beträgt bundesweit einheitlich 11,85 Euro. Vom Geltungsbereich nicht erfasst werden Schüler an allgemeinbildenden Schulen sowie das Reinigungspersonal. Die tarifliche Mindestlohnuntergrenze ist durch die allgemeinverbindliche Erklärung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Verbindung mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz von allen auf dem deutschen Markt tätigen Dachdeckerbetrieben und selbstständigen Betriebsabteilungen des Dachdeckerhandwerks zwingend anzuwenden und zwar ohne Rücksicht auf Tarifbindung oder Inungszugehörigkeit. Das mittlere Jahresgehalt von Geschäftsführern im Dachdeckerhandwerk lag bei einem Jahresfestgehalt von 90.584 Euro und Tantiemen in Höhe von 11.490 Euro. Tätigkeiten Wärmedämmung an Dach und Außenwand, Eindecken, Abdecken von Hausindustrie, Wandflächen und Dächern mit Schiefer, Schindeln, Pappdocken, Dachziegeln, Abdichten von Dachflächen, Wand- und Bodenflächen, Bekleiden von Außenwänden mit verschiedenen Materialien, Aufbau von begrünten Dächern, Erbauen von Vorrichtungen zur Ableitung von Oberflächenwasser, Einbau von Dachfenstern, Installation von Solaranlagen, Errichten von Blitzableitern, Erstellen von Dachabdichtungen mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoff. Ausbildung Dachdecker Dachdeckerin ist ein anerkannter Ausbildungsberuf und wird mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Dachdecker, zur Dachdeckerin geregelt. Die Ausbildungsverordnung sieht eine dreijährige Ausbildungsdauer mit begleitendem Berufsschulunterricht vor. Auszubildende sollen handwerklich begabt sein, eine gute körperliche Konstitution haben und nicht unter Höhenangst leiden. Im Jahr 2014 gab es 7756 Auszubildende im Dachdeckerhandwerk in Deutschland. Die Ausbildung kann in einer der beiden folgenden Fachrichtungen erfolgen. Dachdecker in Fachrichtung Dachwand- und Abdichtungstechnik oder Dachdecker in Fachrichtung Reddachtechnik. Gemäß Ausbildungsvergütungstarifvertrag im Dachdeckerhandwerk Dachwand- und Abdichtungstechnik vom 8. Oktober 2014 zwischen dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Fachverband Dachwand- und Abdichtungstechnik e.V. und der Industriegewerkschaft Baunagra-Umwelt erhalten Auszubildende im Dachdeckerhandwerk bundesweit folgende monatliche Ausbildungsvergütung. Lohneinkommen nach erfolgreicher Ausbildung erhält ein Dachdecker-Junggeselle in den ersten 12 Monaten im Schnitt in Deutschland einen Stundenlohn von 15,52 Euro. So sind dies bei 39 Wochenstunden 2623 Euro Bruttolohn. Durch interne Fort- und Weiterbildungen oder Seminare, Führungskraft, Fachberater, Baustellen oder Betriebsleiter, Ausbilder, Werkpolier oder geprüfter Polier. Durch den Besuch einer Meister- oder Fachschule, Meister, Gestalter im Handwerk, Techniker für Hochbau, Bauwerkerhaltung, Denkmalschutz, sowie natürlich durch ein Studium an einer Fachhochschule mit entsprechender Hochschulreife. In Österreich absolvieren Dachdecker eine dreijährige Lehre bis zum Abschluss. Aufgrund der beruflichen Nähe erwerben Dachdecker häufig im Rahmen einer sogenannten Doppellehre auch den Lehrabschluss als Spengler. Dann dauert die Ausbildung vier Jahre. Voraussetzung dafür ist, dass die Ausbildung für beide Berufe im gleichen Lehrbetrieb gewährleistet ist. Nach zweijähriger Praxis und einem Meisterkurs kann eine Meisterprüfung abgelegt werden. Wie für andere österreichische Lehrberufe besteht die Möglichkeit, Matura nachzuholen und anschließend Fachhochschulen zu besuchen. Weiterbildungsmöglichkeiten bieten auch verschiedene Kollegs für bestimmte facheinschlägige Richtungen wie Hochbau- oder Ortsbildpflege. Ausbildung Polybauer der Fachrichtung Dachdecken sind zuständig für das Deckengeneigter Dächer mit Tonziegeln, Metall, Naturschiefer oder Faserzimmernplatten. Sie sind außerdem verantwortlich für die Wärmedämmung und den Ausbau von Dachgeschossen. Höhere Berufsbildungsgruppenleiter führen eine kleine Einsatzgruppe. Objektleiter sind dafür verantwortlich, ein gesamtes Gebäudehöhlenbauprojekt mit mehreren Einsatzgruppen baubezogen führen und abzuwickeln. Polierwehrtiefungsrichtung Steildach, Flachdach, Fassade. Poliere sind baupraktische Manager, die mehrere Objekte baubezogen abwickeln und koordinieren. Meister Meister sind Unternehmer im Gebäudehöhlenmarkt. Energieberater Gebäude mit EIDG Fachausweis sind Berater für eine Energiebetrachtung bei Gebäudesanierungen. Projektleiter Solarmontage obliegt die Verantwortung standardisierte Anlagen zu planen und die Montage zu leiten. Zudem beraten sie Kunden und beurteilen das Gebäude auf deren Eignung für solare Anlagen. Redewendung Die Redewendung Das kannst du halten wie ein Dachdecker kommt daher, dass sich früher kein Bauherr und Architekt auf das Dach getraut hat, um die Arbeit der Dachdecker zu kontrollieren. Sie konnten also so arbeiten, wie sie wollten. Galerie Dachdecker mit Dachpfann Zunftzeichen der Dachdecker Dachdeckerbeil Schieferhammer Zirkel Zunftzeichen der Dachdecker als Verzierung in einem Schieferdach Dachdecker bei der Arbeit mit Reet Dachdecker bei der Arbeit mit Teerpappe Dachstatue Schieferdachdeckung am Bahnhof Köln Messe Deutz Untertitelung des ZDF, 2020